Entspannt mit Sophia, sanft einstarten und ganzheitlich entspannen. Hallo meine Lieben, ich bin es Sophia und es wurde sich von euch ein Unboxing gewünscht. Und da dachte ich mir doch, packen wir mal richtig, richtig viele Produkte aus. Und dafür habe ich euch mitgebracht die Trendbox. Hast du schon mal von der Trendbox gehört? Das sind nachhaltige Überraschungsboxen zu unterschiedlichen Themen wie Wellness, Food, Design und Fashion. Und dieses Mal, in diesem Monat, gibt es Produkte zu. Ja, ich werde es noch nicht verraten. Denn dann können wir das gemeinsam auspacken. Und du kannst mal raten, wozu diese Produkte diesen Monat gehören. In welche Kategorie. Im nächsten Monat gibt es auf jeden Fall im November die Nordic Lights. Da gibt es dann skandinavische Schätze. Und jede Box hat einen Warenwert von über 85 Euro. Du bekommst von mir auch einen 15% Rabatt. Den kannst du nutzen auf alle Boxen und auch den Adventskadender. Genau, es sind auch nachhaltige Boxen. Und jeden Monat werden soziale Projekte von Trendbox unterstützt. Ja, und dann würde ich sagen, packen wir es aus. Und ganz, ganz wichtig, du kannst nachher diese Trendbox gewinnen von mir. Also alles, was ich jetzt auspacken und zeige, kann später dir gehören. Mehr dazu in einem Kommentar, wie du das hier gewinnen kannst. Und ich würde sagen, wir legen los. Also, unsere Trendbox wurde eingepackt von der lieben Lena. Vielen, vielen Dank an dich. Ich bin sehr gespannt, was wir vorfinden werden. Und, ja gut, jetzt sieht man auch schon das Thema dieser Trendbox. Das ist wiederum mal schauen, was uns erwartet. Also, es duftet auch richtig gut. Wow. Wow, das ist richtig gut. Also, wir haben als erstes hier so ein T-Shirt. Das macht auch sehr schöne Geräusche. Magst du so Stop-Sounds? Und, ja, ich kann nicht aufhören, an diesem T-Shirt zu schnuppern. Oh, richtig gut. So, dann geht's weiter mit dem nächsten. Hier haben wir dabei Kokos-Chips. Die finde ich auch richtig, richtig lecker. Sozial und nachhaltig produziert. Ja, das geht ganz gut so zum Snack, ne? Nebenbei finde ich, ist auf jeden Fall gesünder, als irgendwelche süßen Snacks. Ich finde diesen Kokos-Geschmack auch so, so gut. Ganz gerne erzählen, wie du Kokos magst. Kokos. Kokos. Kokosnuss. Ja. Also, Seeberger Kokos-Chips. Kokos. 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 Machen wir weiter mit dem nächsten. Und zwar Therapy Body Cream Cool Für alle Skin Types A gently nourishing body cream With green tea Scintilla Asiatica And Gromwell Root Extract Ich hoffe, ich habe das so richtig ausgesprochen Okay, also ich kenne die Marke noch nicht Face Fury Und die Body Cream kenne ich auch noch nicht Ich werde es auf jeden Fall Ja, ich wollte gerade sagen, ich werde es ausprobieren, aber Ich habe ja gesagt, ich schenke das Paket Oder wer schenkt es ja an euch? Okay Mist Na, Quatsch Ich freue mich ja, dass einer von euch das Paket bekommt Ich werde mir das einfach abfotografieren und dann einfach mal selbst kaufen Oder ich hole mir einfach selbst nochmal die Trendbox und gebe mir selbst 15% Rabatt Mach doch auf jeden Fall schönen Tapping Sound Das weiß ich auch ich muss nochmal an diesem T-Shirt riechen wow genau das ist auch One Size von Trend Rider das T-Shirt und ist auch sehr gemütlich dann kann ich mir sehr gut vorstellen, damit auf der Couch zu liegen und zu entspannen, die Body Cream und dann dazu eben diese Kokoschips so weiter geht's mit dem nächsten oh, was ist das hier? Coffee Cup to go Bio-Faktor aus Bio-Kunststoff, nachhaltig, wiederverwendbar umweltfreundlich Spülmaschine geeignet für Menge 350ml und made in Germany jetzt bin ich mal gespannt ah super das ist ja auch mega praktisch und vor allem nachhaltig kann man immer seinen eigenen Kaffeebecher mitbringen so sieht er aus so sieht er aus ich mag Tapping auf Plastik auch voll gerne das ist auch mega praktisch und vor allem auch nachhaltig wenn man seinen eigenen Kaffeebecher immer mitbringen kann auch für Tee kann ich mir sehr gut vorstellen also egal für welche Heißgetränke also wenn jeder seinen eigenen Kaffeebecher mitbringen würde wow, wie viel Plastik wir da sparen könnten auf jeden Fall eine sehr sehr gute Idee also finde ich sehr sehr cool auf jeden Fall und ja also wer die Trendbox gewinnt darf sich darüber auch freuen und ich würde mir die auf jeden Fall nochmal selbst kaufen weil ich das einfach sehr sehr cool finde und ich bin gespannt was sich noch in unserem Paket befindet das ist ein bisschen wie Weihnachten Weihnachten jeden Monat es gibt jeden Monat eine Überraschung hier haben wir eine Hydro Body Lotion Water Lily von Cosnature Natural Cosmetics in a moisturizing body cream with shimmer effect dry sensitive stem auch vegan und organic natural ingredients cool gut wie Okay. Meine Mikrofone Max und Moritz freuen sich, glaube ich, auch immer über diese Entspannung. Okay, weiter geht's. Boah, das ist gerade so praktisch. Mein Waschmittel ist mir nämlich gerade ausgegangen. Und das ist ein Vollwaschmittel Grapefruit Walgesandelholz. Und man kann nochmal 12% sparen mit dem Code SWEETEOME auf alle Produkte. Sets und Abos auf everdrop.ie Cool. Boah, das macht doch super Sounds. Boah, sind das tolle Überraschungen. Also ich selbst, mir wäre das überhaupt nicht aufgefallen, dieses Produkt, oder ich hätte es nicht gekauft. Und so hohe Faschleistung, dermatologisch getestet, Inhaltsstoffe frei von Mikroplastik, vegane Inhaltsstoffe ohne Füllstoffe, leicht biologisch abbaubar. Und für helle sowie farbechte Wäsche. Cool. Und es macht gutes Sound. Und hier ist es schon mal. Und ich hab jede Menge mit einem Schuss aufgelenkt. So, wenn ich meine Schuss aufgelenkt habe, das war mir schon mal, ist es gut. Und ich habe meine Schuss aufgelenkt. Ich bin nur die Schuss aufgelenkt. Und ich bin jetzt auch richtig. Und ich kann die Schuss aufgelenkt. Und ich habe mich noch mal. Ich habe den Schuss aufgelenkt. Und ich kann das Ganze sparen. So. Ich habe mich noch nicht. So, jetzt habe ich noch ein paar Sachen gemacht. Cool. Bist du auch schon langsam am Einschlafen? Wir haben aber noch einige coole Produkte. Also versuch wirklich bis zum Schluss brennen zu bleiben. Das gibt's doch nicht. Mein Balsamico-Essig ist gerade zu Ende. Und hier gibt es auch in der Trendbox das Naturata Crema con Aceto Balsamico di Modena IGP. Also bei IGP stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch, was es sein soll. Wir lesen mal weiter. Also unsere Crema con Aceto Balsamico di Modena IGP in Demeter Qualität wird in der Provinz Modena im Norden Italiens von einem kleinen italienischen Familienbetrieb hergestellt. Hochwertige Demeter Zutaten. Für ein Höchstmaß an Natürlichkeit werden unsere Essige nur gefiltert und nicht pasteurisiert. Die biodynamischen Trauben werden nicht geschwefelt. Bei der Verfeinerung können natürlicherweise Sulfide entstehen. 100% drin was draufsteht Vegansprodukt. Cool. Man, da bin ich echt gespannt, wie die schmeckt. Kennst du das, wenn einem schon so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen läuft? Ich bin dann doch gerade so bei Essig. Das ist sehr, sehr spannend, weil es gibt Essige, Balsamico Essige, die sind echt sehr gut und sehr lecker. Und ich finde Cremigkeit immer sehr, sehr gut. Und andere, die sind so für mich persönlich zu stark. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich auf das hier. Bestimmt kennst du auch diese Salatsoße mit Balsamico Essig und Olivenöl und dann Honig und Senn. Oh, es schmeckt so lecker. Könnt ihr doch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir auch einfach mal ein Kochvideo machen können zusammen. Da hätte ich auch gerade richtig Lust drauf, was gemeinsam kochen. Oder so ein Viergängemenü zum Beispiel. Also leicht, ne? Ich bin nämlich gar nicht so, ah, die Kochvieh. Aber so ab und zu macht es ja schon Spaß. Und dann mit so richtig guten Produkten. Genau. Dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Festes Haarshampoo von Melissa. Okay. Das bekommt man im Online-Shop Walde.at und das ist eben festes Haarshampoo. Hast du schon mal festes Haarshampoo benutzt? Also ich noch nicht. Ich muss mal riechen, weil das riecht auch wieder so gut. Ja. Also für mich ist das erste Mal, dass ich so eine Überraschungsbox auspacke. Und ich weiß nicht, ich fühle mich so wie ein kleines Kind zu Weihnachten. Das ist so spannend. Ah, das ist ja cool. Und zwar ist das hier 100% reines Naturprodukt hergestellt in Deutschland. Nefsu.de Und zwar sind das Naturspammtücher. Cooler Sound. Oder? Das klingt doch richtig gut. Aus 70% Holz, Cellulose und 30% Baumwolle. Ihre robuste Beschaffenheit sorgt für eine hohe Reinigungsleistung. Aufnahmekapazität und lange Lebensdauer. Sie sind in der Waschmaschine bis 90 Grad. Und Spülmaschine oberes Fach waschbar. Durch ihre natürlichen Bestandteile sind sie nachhaltig biologisch abbaubar. Und vollständig kompostierbar. Auch richtig gut. Die Banderole kann im Halbpapier recycelt werden. Hey, sowas nachhaltiges finde ich doch immer super. Cool. Ja. Gut. Gut. So. Dann machen wir weiter. Cool. Guck mal, was wir jetzt nächstes hier haben in der Überraschungsbox. Einmal. Tartex Bio. Tartex Bio. Beluga Linse Balsamico. Haben Brotaufstrich. Wow. Also, ich kenne Beluga Linsen. Die habe ich auch zu Hause, aber als Brotaufstrich kannte ich noch nicht. Cool. Also, Linsen Liebe. Der Brotaufstrich. Aus knackig mit Linsen und Gemüse. Mit ausgewählten Bio-Gewürzen. Pflanzlicher Brotaufstrich. Mit Tomaten, Beluga Linsen und Balsam. Ähm. Ja. Balsam Essig. Cool. Kennst du Beluga Linsen? Ich meine, das sind diese schwarzen Linsen. Also, es gibt ja Linsen in ganz, ganz unterschiedlichen Farben und eben ganz unterschiedliche Sorten. Die Beluga Linsen sollen auch echt reichhaltig und gut sein. Ja, also, du merkst, ich kenne mich jetzt nicht wahnsinnig gut an draußen. Aber ich mache gerne so Linsensuppe. Und dann halt auch mit unterschiedlichen Linsen, weil ich es ganz toll finde. Diese unterschiedlichen Farben in der Suppe zwar. Also Beluga hat dann eben die schwarzen Linsen, aber dann ganz normal die braunen. Und dann gibt's ja auch noch rote und gelbe. Genau. Ja. Ja, Tartex Beluga Linsen, Balsamico, Arbenbruderstrich. Lecker. Und das zweite ist Glück aus Orangen. Ein Glas voll Sonnenschein. Probiere dein Glück. Die Hilden derложenden Kummer nướcs. Des visited Miriam mit der Bäume in der Pflichte, Frau Kirchwe Corya. Für vier Mal die Pflichte. Sie stimmen. Alles gljukt. Ab 500 Mill transcription. Das war's für heute. Ein Orangenfruchtaufstrich. Kommen wir zum letzten Produkt und zwar Süß mal anders. Die Zuckeralternative. Kalorienfrei. Vanuxol. Kristalline. Streusüße. Erythrit. Süßkraft 70% wie Zucker. Das hab ich noch nie gehört. Kennst du das schon? Leichter Genuss. Null Kalorien. Weniger süß als Zucker. Zahnfreundlich. Geringerer Blutzuckeranstieg als beim Verzehr von Zucker. Vegan, laktosefrei und von Natur aus glutenfrei. Kalorienfreie Zuckeralternative aus natürlichen Rohstoffen. durch Fermentation von Maisstärke gewonnen. Cool. Also das sind so Produkte, die würde ich gar nicht kaufen, weil ich gar nicht wüsste, dass es sie gibt. von daher, ja, finde ich die Überraschung ist auf jeden Fall voll gelungen. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen und entspannt und dass ihr so wie ich einiges Neues dazugelernt habt. Und ich würde sagen, ich mache jetzt noch ein paar wunderschöne Sounds. Lass mich mal kurz gelungen lassen. Okay, hier canvas ich gleich noch ein paar wunderschöne. Jetzt habe ich den Wunderschöne anden, ich werde auch ein paar wunderschöne sein. so Und dann würde ich sagen, gehen wir mal langsam schlafen. Das ist natürlich ganz, ganz entspannt. Schreib gerne in die Kommentare, wenn du bis hierhin durchgehalten hast, das Video zu schauen. Das finde ich natürlich sehr, sehr cool. Und dann freue ich mich sehr auf das nächste Mal. Schau gerne bei der Trendbox vorbei, wenn du möchtest. Und dann wünsche ich dir wie immer eine gute, gute Nacht. Stab schön, deine Sophia. Du schläfst noch nicht? Dann empfehle ich dir, das Speed Relax Training auszuprobieren. Löse deinen unbewussten Stressmuster auf, der dich wach halten. Deine Entspannung beginnt im Kopf. Guter Stab auch. Du schläfst noch nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020